Das menschliche Auge ist eines von fünf Sinnesorganen. Damit der Mensch all die wunderbaren Bilder aus seiner Umgebung wahrnehmen kann, muss das Auge die Lichtstrahlen aus dieser Umgebung aufnehmen. Diese werden so umgewandelt, dass die Information im Gehirn weiterverarbeitet werden kann. Doch was ist das denn? Warum sieht man weite Dinge nicht mehr? In diesem Fall ist man kurzsichtig. Wer kurzsichtig ist, kann Dinge in mittleren und weiten Distanzen nicht mehr scharf erkennen. Bei Kurzsichtigkeit ist der Augapfel im Verhältnis zur Brechkraft der Augenlinse zu lang. Das Licht wird dadurch nicht auf der Netzhaut fokussiert, sondern davor, sodass auf der Netzhaut kein scharfes Bild entstehen kann. Je verformter das Auge, desto kurzsichtiger ist man. Wer einmal kurzsichtig ist, bleibt es sein Leben lang. Die Ursache dieser Verformung des Augapfels ist entweder genetisch bedingt, das bedeutet, dass sie von einem Elternteil vererbt worden ist, oder sie entwickelt sich im Laufe des Wachstums eines Kindes bzw. Jugendlichen. Man benötigt eine Brille. Der Augenarzt untersucht, wie weit die Kurzsichtigkeit fortgeschritten ist und bestimmt darauf aufbauend die Stärke der Brillengläser. Die Brille führt dazu, dass der Brennpunkt nicht mehr vor, sondern auf der Netzhaut liegt und man alles wieder scharf sehen kann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017